Der Mann konnte mich oder meinen Wagen gar nicht sehen, weil er blind ist. Haben Sie an dem Tag einen blinden Mann dort gesehen? Natürlich nicht. Sie und ich wissen, dass ich meilenweit entfernt war, als Donner getötet wurde. Lesen Sie uns doch bitte etwas hieraus vor. Wenn Sie können, Mr. Morris. Egal, was da steht. Sicher ist es für viele eine Sportart, die Freude macht und auch... Dieser Mann ist blind. Er ist blind. Mr. Morris! Verstehe. Ganz richtig, Doktor. Der Mann, den Sie gesehen haben, war blind. Es bestand für Sie überhaupt keine Veranlassung zu glauben, dass dieser Zeuge blind war. Es sei denn natürlich, Sie haben diesen Mann an dem Tag gesehen. Das war die einzige Möglichkeit, es zu wissen. Ich habe einen Augenzeugen, Dr. Collier. Einen, der Ihre Anwesenheit auf dem Donnerschen Grundstück am Montagnachmittag um 17.30 Uhr bestätigt hat. Aber dieser Augenzeuge ist nicht Mr. Morris. Dieser Augenzeuge sind Sie.